Wir sind heute verabredet, um unserer schönsten Weihnachtstradition nachzugehen. Beziehungsweise Tradition ist es noch gar nicht, weil wir machen das zum ersten Mal und genau genommen Weihnachten haben wir auch nicht. Heute ist schon der 28. Aber das Ding hat Potenzial. Wir fahren jetzt zum Kreuzberg und trinken einen Weihnachtsbock. Ah! 3,5 Kilometer bis zum Ziel nur noch eigentlich, aber wir haben unser Ziel heute ein bisschen nach weiter unten verlegt. Teilweise 30 Zentimeter Schnee auf dem Forstweg und wir müssen jetzt da einen Trail. Also es geht einfach nicht weiter. Wir müssen das jetzt hier trinken. Ich habe ihm gerade gesagt, dass ich eigentlich gar kein Bockbier mag und er hat mir gesagt, er auch nicht. Aber egal, ich wollte mir wieder einen trinken, so einen Weihnachtsbock, weil halt gerade Weihnachten war. Und ich muss sagen, der hier schmeckt eigentlich relativ gut sogar. Also sehr legal. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.